Hallöchen Leute und willkommen zurück bei Metroid Fusion. Ja, im letzten Part, da habe ich Nightmare besiegt, bin dann ohne Navigationszummel einfach mal drauf losgerannt, habe die Roten Schleusen aktiviert und bin ein bisschen verirrt gewesen. Somit stehe ich hier in Sektor 4, obwohl ich vorher in Sektor 5 war. Ähm, was bist du? Was bist du? Kann ich nicht töten. Okay. Okay. Ähm, 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 jetzt staub, Markus, du. Da ist noch mal so ein Viech. Ähm, ich kann dich nicht stauben. Ähm, nein, ich kann mir nicht... Oh, ich muss mal kurz was tauschen. Das Viech sieht mir so komisch aus. Hallo? Also komm, nein, daneben. Okay. Mal schauen. Darf ich das? Ah, das ist... Ähm, speeden. Hier soll ich speeden. Okay. Ein Raum weiter. Ähm, nach da oben. Ähm, ne, das bringt mir gar nichts. Okay. Ich stirb. So. Ah, ich glaube, ich weiss nicht, wenn wir das machen müssen. Speeden wir mal hier durch. Nö. Okay, der war sehr knapp. Hat aber gereicht. So. Damit können wir sogar hier weiter. Irgendwie sieht das hier sehr merkwürdig aus. Nein, aber es sieht aus wie ein langer Raum. Okay. Hm, hm, hm. Mehrfach irgendwie langweilig. Ja, okay. Hier sieht es nach nichts mehr aus, außer bei dem Viech hier oben noch. So. Ne, 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 was bist du da oben? Powerbomb, okay. Ich denke, ich, denke, ich, denke, ja. Ich denke mal so. Okay. Speeden. Und ein Schein-Bug nach oben. Und Power-Container halt. Okay. Ähm, weiter. Gucken, gucken, gucken. Das sind wieder solche blöden Viecher. Ähm, das sieht doch sehr lang nach oben aus. Ich hoffe, da kommt mir nichts entgegen, wie ich mal was testen. Ich hoffe, ich hoffe, es funktioniert auch. Als Shopping-Funktionäranlauf. Okay. Mein Vollgas durch. Einfach mal nach oben. Sehr schön. Cool. Ähm. Nein. Ich will hier doch gar nicht runter. Nein. Nein, 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 nein. Ich bin hier nicht noch wieder runter. Unten hat es für mich nichts ausgesucht. Okay. Okay. M, 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 M. Wups. Damit bin ich gestorben. Okay. Testversuch nicht mehr noch mal neu testen. Okay. Das war ein Fail von mir. Da habe ich jetzt auf meine Energie gar nicht geguckt, weil ich lieber gucken wollte, wie die da hochkommen. So, dann noch einmal das ganze Spiel hin. Störg mal durchschnell. Störg hier durch. So. So, ich bin eigentlich da nichts. Hops, das war eine Power-Boom. Egal. Ähm, da. So. So, egal. Störg-Speed-en. So. Ähm, jetzt muss ich jetzt meine Power-Bomben wiederholen. So. Power-Bomben. Ah, wo wir starten. Das sehe ich gerade so. Ähm, nein. Lasst mich mal in Ruhe. Ich will da wieder so hoch wie vorhin. So, und los. Speede. So, ich muss das noch. Jetzt. So, sehr schön. Ähm. Ähm, okay. Ich mach das mal so kurz. Energie, Energie, okay. Extra, danke. So, einen Raum hier. Ähm. Lauter so eine Mistgegner. Was ist das auch drin? Okay. Ein Datenraum. Okay, was bekomme ich hier? Müssl-Tro-Radius. Und weiter. Lade mit O und schieße mit B. Ähm. O laden. B schieße. Okay. Er sieht recht nice aus. Ähm. Das heißt. Wie, wo war... Wie, wo war... War uns nicht so... Ja. Nein. Danke. Da oben war ne... Wie, 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 wird mein... Hier gibt's doch irgendwo was. Danke. Powerbombe gibt Klarheit. Und ein Müssl-Container. Au. Ah, alles klar. Damit haben wir dich übergangen. Ähm. Sehr schön. Dann gehen wir doch nach oben jetzt. Ja, dann gucken wir mal, was unsere Navigation so sagt. Äh, nein, stopp. Ich bin hier doch. Ich hab hier noch... Mir ist schon noch was aufgefallen, als ich mal ein paar Ports zurückgeguckt hab mal wieder. Wo ich irgendwo was vergessen hab oder so. Oder wo ich mal wieder was vergib. Nämlich hier unten. Danke. Da ist es mir nämlich wieder eingefallen. Hier unten im Eck musste ich eine Powerbombe legen. Das war hier. Und da gibt's ja ein Powerbomben-Container. Sehr schön. Hab ich sonst schon was im Sektor hier vergessen? Da unten brauch ich Screw Attack da oben noch. Also bei mir in diesem Raum hier nach oben. Ähm. Ich würde ja zurückführen. Ich könnte ja... Äh, nein. Doch, ich muss ja hier hoch her. Stopp. Mach mal so. Danke. So, jetzt geht es doch definitiv leichter. Und ich will bis... So. So. Ja. So, darüber, darüber, darüber. Es müssten diesmal noch nicht... Oh, was gibt es eine Powerbombe? Die hatte ich ja hier noch gar nicht. Stimmt. Ho, ho, ho. Hallo, Missile-Container. Dankeschön. Ähm. Zurück. 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 Okay. Jetzt können wir aber überhaupt zurückgehen komplett. Es gab in diesen... Mirko da unten links. Da gibt es bestimmt nichts. Ansonsten habe ich hier alles eingesammelt. Weil sonst würde ich nämlich gleich alles einsammeln, wenn ich gerade hier bin. So. Dann geht es zurück. Eigentlich könnte ich sogar... Genau, könnte ich sogar so zurückgehen. Ah. Statt. Soll ich muss hier einen Anlauf holen. Und zwar fail. Ähm, jetzt hat es kurz Anlauf. Wir haben doch einen Anlauf. Okay. Sehr schön. So. Einmal bitte zurück zum Navigationsterminal. Und dieses Mal mache ich mich nicht auf die eigene Suche. Auch wenn das, was ich gerade bekommen habe, richtig schön nett war. Diese Missile-Streuung da ist gut. Ah, 155-25 ist sehr schön. Dann geht es weiter zum Speicherraum. Einmal bitte abspeichern. Danke. So, Navigation. Was sagst du mir? So, Navigation. So, Navigation. Er ist nun in Sektor 6 noch schwer. Schwer zu beurteilen, welche Absicht er verfolgt. Aber wir sollten es nicht abwarten, Samus. Sie wissen, was zu tun ist. Okay, mal nach Sektor 6 zurück. Alles klar. Suchen Sie unverzüglich Sektor 6 auf. Okay. Wir hätten nicht die Sicherheitssprache 4 aktivieren sollen. Die roten Schleusen. Egal. Es wird ja wohl nichts ausmachen. Ich wollte doch mal noch was gucken. Auch in einem anderen Part habe ich das gesagt. Da ich jetzt... Ach gut, ich komme hier sogar hoch. Denn oben links... Ganz, ganz oben links... Gab es nämlich noch was. Da, wo nämlich doch Samus X rausgekommen ist. Da bin ich außerdem reingespeedet, als wenn mir mal der Emulator ruhig rumgespackt hat. Ich habe es aber noch nicht geholt. Ich bin nur mal hier reingekommen, zufällig. Ähm, ich muss hier erst mal gucken, wie das hier funktioniert. Okay. Speeden. Speeden. Ah, reicht. Okay. Gut. Ah, bitte rein speeden. So. Diesen Missile Container nämlich noch mit dazu hin. Und gehe wieder runter. Aber wo ist da Samus X rausgekommen? Fällt mir gerade so auf. Der ist... Da ist nichts drinne demoliert oder sonst irgendwas. Wie kann der also von da rauskommen? Ganz komisch. Egal. Jetzt geht es nun zu Sektor 6. Gegen den Wachroboter. Okay. So, bitte nach unten. Also. Sektor 6 noch. Hallo. Hallo Navigations-Terminal. Was sagst du mir jetzt hier? Der Wachroboter scheint deutlich stärker geworden zu sein. Das gibt Anlass zur Sorge. Seien Sie äußerst vorsichtig, doch wir haben noch ein weiteres Problem. Sie müssen umgehend Knock verlassen, nachdem Sie Ihren Auftrag erledigt haben. Das sage ich Ihnen auf der Spur. Sind die Anweisungen klar? Jawohl. Bleiben Sie nicht länger als unbedingt erforderlich. Nicht länger als unbedingt erforderlich. Aber wo ist der Wachroboter? Da unten ist ja der eine Datenraumhob. Da war doch schon ein Gegner. Okay. Ich werde mal mich hier auf die Suche begeben. Also Samus X ist uns auf den Fausen. Okay. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ähm. Regenerieren brauche ich mich glaube nicht, oder? Ne, nicht wirklich. Kann ich mich hier irgendwie durchbomben jetzt? Nein. Durchscrewen. Stimmt. Das fehlt. Die Fähigkeit fehlt mir hier auch noch. Hä? Der ist offen. E-Tank. Oh, wie nett. Komisch. Was sollen die unteren Wege bewirken? Mal gucken. Okay, hier falle ich hier nicht durch. Hier eigentlich auch nicht. Okay. Dann geht es weiter. Denn wir sind hier stärker. Seitdem wir das letzte Mal hier rein sind. Ah, ein blaues X. Hallo. Okay. Powerbombe. Hier soll ich Screw attacken. Ähm. Nein, ich gehe hier unten lang. Hier rüber schon. Nein, ein zweiter unten bitte. Das hat mich ja schon beim Match mal so komisch geht. Da ich mit diesem blauen X, aber hier gibt es auch nichts. Okay. Und weiter. Und dann gehen wir nach links. So. Auch. Auch. Okay. Hier musst du, ich glaube, spielen. Ja. Aber hier ist es schon weg. Rechts ist Speicherraum. Ähm. Und links ist auch ein Speicherraum. Aber ich schweigere hier sicherheitshalber ab, weil ich weiß nicht, wenn hier noch nicht Samus X kommt. Und, und, und. Ich gehe mal lieber auf die sichere Seite. Ich will ja jetzt nicht schon wieder sterben oder dann wieder ganz oben beim Navigation anfangen. Dann geht es nun weiter. So. Wachroboter, wo bist denn du? Ähm. Hier war es hier, glaube ich. Hier unten. Genau. Dadurch könnte ich. Dann bin ich hier so gekommen. Hier bin ich gegen Samus X gekommen. Zum ersten Mal. Ich höre Samus X. Okay. Dann würde ich eine Band an. Ähm. Es täuscht mich komisch. Es täuscht mich komisch. Aber es ist dennoch nichts. So. Nochmal zum Speicherraum. Sehr gut. Dieses Mal speicher ich hier ab. So, bisher noch nicht begegnet Samus X. Auch nicht was anderem. Okay. Hier runter. Ich habe hier noch was. Ich habe hier noch was. Ich habe es mir doch noch gedacht, weil ich beim letzten Mal hier... Hey. Was machst du hier die Tür zu? Hörst mich wieder raus. Als ich ja hier war... Irgendwas ist komisch gewesen hier. So. Nein, das war in einem anderen Ding. Ähm. Und der zerstörte Datenraum. Es scheint hier nichts zu sein. Damit geht es weiter nach darüber. Ähm. Nach der Karte zu erteilen. Gehe ich hier in die falsche Richtung. Warum komme ich ja nicht wirklich weiter. Speierstation noch einmal. Hier aufrufen. Ups. Entschuldigung. Das war meine Hand am Mikrofon. Ich muss mich gar kapfen am Kennen. Jawohl. Wir speiern. Und weiter geht es denn nun. Okay. Ich kann ja jetzt fliegen. Links war nur dieser Container von damals. Und jetzt geht es weiter hier rüber. Ich leg eine Powerbombe. Und jetzt geht es weiter. Hat die Powerbombe jetzt hier oben auch was gebracht oder? Nein. Okay. Ähm. Wo zum Teufel ist dieser Wachroboter? Wo zum Teufel ist dieser Wachroboter? Wo zum Teufel ist dieser Wachroboter? Wo ist der Wachroboter? Wo ist der Wachroboter? Also ich halte mal doch in den anderen Räumen, wo ich nicht wirklich weitergekommen bin. eigentlich? Powerbomben. Zeigst du mir den Weg? Ähm, X bleibt da. Äh, screw it, Herr Kyoto. Okay. Das hier wäre eine rote Schleuse gewesen, nach der Karte zu urteilen. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt definitiv auf dem richtigen Weg. Warum war mir das so klar, dass ich jetzt hier durchfallen musste? Äh, ich habe hier keinen Wavebeam. Okay, ich denke mal, den Wavebeam bekomme ich hier. Alles klar, weiter geht's. Links, rechts, rechts. Bis rechts hier sieht mir doch ganz komisch aus. Und? Es ist nix. Okay. Hier rüber. Da runter, da rüber. Unten rum geht's. Ah, okay, Speierstadt. Okay. Ähm, ja. Dieser Part ist mal wieder zu Ende. Und ich denke mal, wir werden im nächsten Part, werden wir endlich wieder gegen diesen Wachroboter verkämpfen müssen. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich den Wavebeam geben. Demnach zu urteilen, dass da ein Müssl-Container da oben war und ich irgendwie nicht durch Bände schießen kann. Okay, Freunde. Der Nacht. Oder des Tages. Wann ja auch immer dieses Part anschaut. Wir sehen uns beim nächsten Ball bei Metroid Fusion. Also, Tchausen.